so ist der zweite check zweite kamera ja also man sieht schon mit derselben entfernung aber ist der andere kamera ist das sichtbild nicht mehr ganz da ist jetzt enger geworden diese kamera hat ein schmaleren sichtbereich das heißt also ich müsste diese kamera um das wieder alles sehen zu können das heißt also ich bin gut jetzt meter zurückgegangen nicht mal gucken was das für ein effekt macht jetzt hier so dann muss man echt näher dran gehen so also die ente einen kleineren ausschnitt so sähe das dann aus als die vorherige kamera hat so einen ausschnitt schon gehabt und die hat jetzt nur diesen hier da müssen wir gucken könnte man ja im grunde jetzt nur direkt auf auf ein computer gehen und das alles von da aus schauen wir uns mal gucken also die kamera hier wäre ganz gut so für so guck mal jetzt mal jetzt habe ich hier das so mal ein bisschen hin so das heißt das ist ja 27 28 megahertz aber jetzt habe ich mal auf usb geschaltet jetzt gehe ich da mal durch ich wollte was finden das ist 28 megahertz Können wir mal gucken was da so los ist, 24mhz So, dann müssen wir mal gucken, das war noch mal ein anderes Band uns angucken, wir waren ja in den vorigen Firmen auf 40m, da können wir das ja nochmal einstellen. Das war 7,0 bis 7200, 7200 Kilohertz oder 7,2 Megahertz, das heißt also runter damit, Modulation ist LSB, so, lauter machen, so, und gucken wir mal. So. 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 Wahrscheinlich die Anfangsbedingungen nicht mehr so besonders gut. Gehen wir mal auf 14 Meter jetzt. Also 20 Meter. 20 Meter am Ertöffnung. Brauche ich nochmal. Die kann man also weltweit am Ertöffnung betreiben, wenn die Bedingungen dann auch stimmen. Da müssen wir auf USB gehen. Upper Side-Band. Jetzt hört man da nichts. Diana. So. Das geht dann von 14 bis 335, glaube ich. 35. Und dann hier ist einmal Teufung zu Ende. Aber auch hier sind wir aktiv. Das ist der Signal. 20 Meter am Ertöffnung. Das ist der Signal. Aber auch die Sauer, ne? Das ist die E-Briant. Das ist der Signal. Aber auch die Sauer, ne? Das ist die E-Briant. Es wird heiß. 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 Was können wir erwarten? John 73 in England. Enjoy operating the van. 73. Thanks a lot. Thank you. Good luck. Sure. 5-1-David. Extra. 5-6-Eco-Tango-Lima-Tanks-Dave. 59. With me. Over. Enjoy. Dave and Doug. Good day. From Slovenia. Take care. Bye. 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 Software-in. Darf die Mitklayen? Momente! Schauen wir mal. Kann man sich merken, 14, 240. Was ist das? Wie ist das? Wie ist die Ukraine? Er wird füten better. Schauen wir mal. Wie sind der Schpresse? Das war's für heute. Das war's. 440? 440? Na, hier ist man da dran. Ah, ein deutschsprachiger. Der Odi ist 26, 18 Meter über uns und 480 Sendereistung. Das ist das, was ich hier... Fiener weg. Wir sind hier vor 99, als für langer Zeit in Allgäu gefogen. Es ist ja im Oktober. Und, boah, war Neymatskunde aus Stuttgart. Aber, ja, wie soll ich mal sagen, wir freuen uns, gewaltig hier im Allgäu sein zu dürfen. So, man hat uns jetzt steht die Einzelne, die Kanäle in der U. Ja, äh, aber schon mit, äh, sieben Jahren. Ähm, 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 warte mal ganz schnell. Ähm, ähm, warte mal ganz schnell. ... und so fort... Dettendamm, Frau Bell. Dettendamm, Frau Bell. Dettendamm, Frau Bell. Dettendamm, Frau Bell. Ach, Barcelona steht er. Dettendamm, Frau Bell. Dettendamm, Frau Freya, Schwartz zipper Grüße für das Fahrzeug. Fox 4, Alpha Hotel, Bexar 9, Dominio, 59+, Janus, my name, over. Yes, we did. Deal with a copy every time. And easy copy. Reciproco 73 from Slovenia to Grisady. Bye-bye, Dan. 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 So, dann wäre der zweite Test mit der Kamera, eine andere Kamera. Jetzt mache ich noch einen Test. Also drei Filme mit drei verschiedenen Kameras, ne? Alles HD. Ciao, ciao.